Giften gegen Damaskus. Keine Beweise, aber rabiate Forderungen. Rufe nach Angriff auf Syrien werden lauter. Syriens Regierung hat Vorwürfe der Aufständischen, im Krieg gegen sie Chemiewaffen einzusetzen, erneut vehement zurückgewiesen. Ein Giftgasangriff während der Anwesenheit von UN-Inspektoren im Land wäre politischer Selbstmord, sagte ein ranghoher Vertreter der syrischen Sicherheitskräfte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Freie Syrische Armee, FSA, Gegner von Präsident Bashar al-Assad, beschuldigt die Regierungstruppen, am Mittwoch bei einem Großangriff nahe Damaskus Chemiewaffen eingesetzt und ein Massaker mit nach unterschiedlichen Angaben 500 bis 1300 Toten verübt zu haben. Die Abwegigkeit einer solchen Attacke, nur wenige Tage nach der Ankunft einer Delegation von UN-Chemiewaffenexperten in der syrischen Hauptstadt, hielt westliche islamistische und israelische Politiker am gestrigen Donnerstag nicht von verbalen Angriffsvorbereitungen gegen Damaskus ab. Es wurden chemische Waffen benutzt und dies natürlich nicht zum ersten Mal, wusste Israels Minister für strategische Angelegenheiten Juwal Steinitz mit Verweis auf angebliche Geheimdienstinformationen zu berichten. Der türkische Außenminister Ahmet Davatoglu kritisierte nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Guido Westerwelle, FDP, in Berlin das Zögern des UN-Sicherheitsrates, einen entschiedenen Beschluss zu fassen. Er forderte, dass die internationale Staatengemeinschaft in dieser Situation, wo die rote Linie schon längst überschritten ist, so bald wie möglich einschreitet. Sein Berliner Pendant mahnte zwar noch, bevor man über Konsequenzen rede, müsse eine wirkliche Aufklärung ermöglicht werden. Sprach gleichzeitig aber bereits von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wer die begangen hat, sollen nun die Chemiewaffenexperten herausfinden. Die syrische Führung habe den UN-Inspektoren logistische Hilfe sowie Zugang zu sichergestellten Proben zugesagt, sagte der russische Außenamtssprecher Alexander Lukasiewicz am Donnerstag in Moskau. Ein großes Ereignis Syriens bewaffnete Opposition liefert Kriegsvorwand. US-Präsident Obama lässt über Militärinterventionen nachdenken. US-Präsident Barack Obama hat in einem Interview mit dem TV-Sender CNN zu den Berichten über einen Giftgasangriff in Syrien in dieser Woche Stellung genommen. Zwar sei man noch dabei, Informationen zu sammeln, aber es handelt sich klar um ein großes Ereignis, das Anlass zu ernster Sorge gebe. Obama, der vor Monaten die Verwendung von chemischen Waffen durch die syrische Armee als rote Linie bezeichnet hatte, deren Überschreitung Washington nicht hinnehmen würde, warnte am Freitag aber auch vor übereilten Reaktionen, wie der Forderung nach einer Militärintervention. Eine solche würde rechtliche Fragen sowie die Frage einer internationalen Unterstützung aufwerfen. Ein Einsatz ohne UN-Mandat würde eine Koalition erfordern, die das machen würde, gab der US-Präsident zu bedenken. Frankreich und Großbritannien haben ihre Bereitschaft dazu bereits bekundet. Obamas eher vorsichtige Stellungnahme könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass Russland laut Berichten der libanesischen Tageszeitung Al-Safir dem UN-Sicherheitsrat während der Dringlichkeitssitzung am Mittwoch Satellitenbilder vorgelegt habe, aus denen hervorgehe, dass nicht die syrische Armee, sondern islamistische Freischärler für den Giftgasangriff verantwortlich seien. Wie Al-Safir berichtet, soll der Angriff aus einem Gebiet erfolgt sein, der von der Gruppe Liva al-Islam, Banner des Islam, kontrolliert werde. Die Raketen seien von den Terroristen selbst gebaut worden und hätten chemische Kampfstoffe transportiert. Das russische Außenministerium verwies zudem darauf, dass Internetvideos über den angeblichen Giftgaseinsatz offensichtlich Tage vor dem 21. August erstellt wurden. Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lavrov und John Kerry, haben sich in einem Telefonat am Donnerstag darauf verständigt, dass eine objektive Überprüfung des Vorfalls erforderlich sei. Moskau hat die syrische Regierung aufgefordert, eine Untersuchung durch UN-Inspektoren zuzulassen. Allerdings müssten auch die Regierungsgegner den Inspektoren einen sicheren Zugang garantieren. Unterdessen hat Syriens bewaffnete Opposition lautstärker denn je das Klagelied von der unterlassenen internationalen Hilfeleistung angestimmt. Militärisch zu schwach und politisch zu keiner Lösung unterhalb eines freiwilligen Machtverzichts der Regierungsseite bereit, setzten die Regierungsgegner alle Hoffnungen auf Obamas rote Linie. Die Frage, welche Seite aus dem Chemiewaffenangriff Nutzen zieht, beantwortet sich somit von selbst. Die Meinung, dass es sich bei dem Vorfall um eine Provokation der Assad-Gegner handelt, wird auch von unabhängigen Experten vertreten. Der Mainzer Universitätsprofessor Günther Mayer sagte im Südwestdeutschen Rundfunk 1 Rheinland-Pfalz, Was wir hier erlebt haben, ist ein Massenmord mit dem einzigen Ziel, diesen Massenmord dem Regime anzulassen und damit die USA unter Druck zu setzen, hier einzugreifen. Den Einsatz der UN-Inspektoren nannte der Nahost-Experte ein riesiges politisches Theater, da deren Aufgabe nur darin bestünde, festzustellen, ob Chemiewaffen eingesetzt, nicht aber von wem sie eingesetzt worden seien. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon gefällt sich wie gehabt in der Rolle eines antisyrischen Scharfmachers und drohte Damaskus mit ernsten Konsequenzen für den Fall, dass der regierungsfeindlichen Version der Ereignisse Glauben geschenkt werden sollte.